Die Sendung wurde live untertitelt. 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 Mrs. O'Rourke. Die Sendung wurde live untertitelt. Die Sendung wurde live untertitelt. Butchbäcker wird seit fünf Jahren in allen Bundesstaaten steckbrieflich gesucht. Ich wusste, dass er in dieser Gegend untergetaucht ist. Aber dass er in Frauenkleidern rumrennt, da muss man erst mal draufkommen. Schalbei? Schalbei? Was passiert gerade? Sie werden nichts spüren. Schwein! Was würden Sie denn tun? Butchbäcker und ich, wir haben uns hier etwas Schönes aufgebaut. Aber selbst jetzt, wo man lieber tot ist, da taucht dauernd irgendwer von euch Kopfgeldjägern auf und versucht uns das wieder wegzunehmen. Alles, was ich sagen kann, kann vorgerichtigen, sie verwendet werden. Das hat jetzt ein Ende. Beim Mord, da lässt der Sheriff keine Obduktion durchführen. Abigail O'Rourke wurde von einer Rothaut erschlagen. Danach wird dir keiner unter den Rock gucken. Verzeih mir, Liebster. Iliaaaaaah! Ich bin wieder mit meinem Ende. Und ich würde mich noch, weil da, ich bewege hier, ichangere dir, das wir aber trotzdem, ich tein. Ich hatte ein paar Malia auf die Aufmerksamkeit und vermischen Konten. Frau O'Rourke, wui, half und warg, warg, 1.000 Euro. Ich warg, schon hatte nur, warg, 1.000 Euro. Mama, warg, 2.000 Euro. Vater, was ich genau, warg, 1.000 Euro. Untertitelung des ZDF, 2020